Ernest Hemingway – Das kurze, glückliche Leben des Francis McComber Deutsch von Annemarie Horschitzhorst Es war jetzt Essenszeit und sie saßen alle unter dem doppelten grünen Sonnendach des Speisezeltes und taten, als sei nichts passiert. »Was möchten Sie, Limonsaft oder Zitrone?«, fragte McComber. »Ich trinke einen Gimlet,« sagte Robert Wilson zu ihm. »Ich möchte auch einen Gimlet. Ich brauche irgendetwas,« sagte McCombers Frau. »Das ist wohl das Gegebene,« stimmte McComber zu. »Sagen Sie ihm, er soll drei Gimlets machen.« Der Küchenboy hatte schon damit angefangen. Er hob die Flaschen aus den leinenden Kühlsäcken, die Feuchtigkeit in dem Wind ausschwitzten, der durch die Bäume blies, die die Zelte beschatteten. »Was soll ich Ihnen wohl geben?«, fragte McComber. »Ein Pfund ist reichlich,« sagte Wilson. »Sie wollen Sie doch nicht verwöhnen.« »Wird der Aufseher es verteilen?« »Zweifellos.« Francis McComber war vor einer halben Stunde im Triumph auf den Armen und Schultern des Kochs, der Beuys, des Abhäuters und der Träger vom Rand des Lagers zu seinem Zelt getragen worden. Die Gewehrträger hatten nicht an dieser Kundgebung teilgenommen. Als die eingeborenen Beuys ihn am Eingang seines Zeltes niedersetzten, hatte er ihnen allen die Hand geschüttelt und ihre Glückwünsche entgegengenommen, war dann ins Zelt gegangen und hatte auf seinem Bett gesessen, bis seine Frau hereinkam. Sie sprach nicht mit ihm, als sie hereinkam, und er verließ das Zelt, um sich draußen in dem tragbaren Waschgestell Gesicht und Hände zu waschen und um dann zum Speisezelt hinüberzugehen und sich auf einem bequemen Segeltuchstuhl in den leichten Wind und den Schatten zu setzen. »Nun haben Sie Ihren Löwen«, sagte Robert Wilson zu ihm, »und einen verdammt guten dazu.« Mrs. McComber blickte rasch zu Wilson hinüber. Sie war eine außerordentlich hübsche und gepflegte Frau, deren Schönheit und gesellschaftliche Stellung vor fünf Jahren für die Anpreisung eines Schönheitsmittels, das sie nie benutzt hatte, versehen mit ihrer signierten Fotografie, mit 5000 Dollar bewertet worden war. Sie war seit elf Jahren mit Francis McComber verheiratet. »Es ist ein guter Löwe, nicht wahr?«, sagte McComber. Seine Frau blickte jetzt ihn an. Sie blickte beide Männer an, als ob sie sie nie vorher gesehen hätte. Einen, nämlich Wilson, den weißen Jäger, hatte sie bestimmt niemals zuvor richtig gesehen. Er war etwa mittelgroß, hatte aschblondes Haar, ein borstigen Schnurrbart, ein sehr rotes Gesicht und außerordentlich kalte, blaue Augen, mit weißlichen Fältchen in den Winkeln, die sich komisch vertieften, wenn er lächelte. Er lächelte sie jetzt an, und sie blickte von seinem Gesicht weg auf seine Schultern, die sich unter der losen Jacke, die er trug, rundeten, und auf die vier großen Patronen, die in Schlaufen steckten, wo die linke Brusttasche hätte sein sollen, auf seine großen braunen Hände, seine alte Hose, seine sehr schmutzigen Schaftstiefel, und dann wieder auf sein rotes Gesicht. Ihr fiel auf, dass das Ziegelrot seines Gesichts an der weißen Linie Halt machte, die der Rand seines Tropenhelms, der jetzt an einem Haken der Zeltstange hing, hinterlassen hatte. »Also auf den Löwen«, sagte Robert Wilson. Wieder lächelte er ihr zu, und ohne zu lächeln sah sie auf seltsame Art ihren Mann an. Francis McComber war sehr groß, sehr gut gewachsen, wenn man nichts gegen ein derartig langes Gestell einzuwenden hatte. Dunkel. Sein Haar war wie bei einem Seemann kurzgeschoren. Er war ziemlich schmallippig, und man fand ihn gut aussehend. Er hatte die gleichen Safari-Sachen an, wie Wilson sie trug, nur dass seine neue waren. Er war 35 Jahre alt, hielt sich sehr gut in Form, bewährte sich auf dem Sportplatz, hielt eine Reihe Großwild- und Angelrekorde und hatte sich eben in aller Öffentlichkeit als Feigling erwiesen. »Auf den Löwen«, sagte er, »ich kann Ihnen niemals genug danken für das, was Sie getan haben.« Margaret, seine Frau, sah von ihm weg und wieder zu Wilson hin. »Reden wir nicht von dem Löwen«, sagte sie. Wilson sah, ohne zu lächeln, zu ihr hinüber, und jetzt lächelte sie ihn an. »Es war ein sehr merkwürdiger Tag«, sagte sie. »Sollten Sie nicht auch mittags unter dem Sonnendach Ihren Hut tragen? Sie haben mir das selbst gesagt.« »Kann ihn ja aufsetzen«, sagte Wilson. »Wissen Sie, dass Sie ein sehr rotes Gesicht haben, Mr. Wilson?« sagte sie zu ihm und lächelte wieder. »Vom Trinken«, sagte Wilson. »Das glaube ich nicht«, sagte sie. »Francis trinkt eine Menge, aber sein Gesicht ist niemals rot.« »Heute ist es rot«, McComber versuchte, einen Scherz zu machen. »Nein«, sagte Margaret, »meines ist heute rot, aber Mr. Wilsons ist immer rot.« »Muss die Rasse sein«, sagte Wilson. »Hören Sie, können Sie nicht lieber meine Schönheit als Gesprächsstoff aus dem Spiel lassen?« »Ich habe doch gerade erst damit angefangen.« »Schluss damit, ja«, sagte Wilson. »Es wird schwierig werden mit der Unterhaltung«, sagte Margaret. »Sei nicht so dumm, Margaret«, sagte ihr Mann. »Gar nicht schwierig«, sagte Wilson. »Er hat einen Mordskerl von einem Löwen gekriegt.« Margaret sah sie beide an und beide merkten, dass sie nahe am Weinen war. Wilson hatte es schon eine ganze Weile kommen sehen und er fürchtete sich davor. McComber fürchtete sich längst nicht mehr davor. »Ich wollte, es wäre nicht passiert.« »Ich wollte, es wäre nicht passiert«, sagte sie, stand auf und ging auf ihr Zelt zu. Sie weinte lautlos, aber man konnte sehen, wie ihre Schultern unter dem rosafarbenen, lichtechten Hemd, das sie trug, bebten. »Frauen verlieren leicht mal die Fassung«, sagte Wilson zu dem großen Mann. »Hat nichts auf sich. Überreizte Nerven und dies und jenes.« »Nein«, sagte McComber, »das hängt mir jetzt für den Rest meines Lebens an.« »Unsinn, trinken wir einen Schluck von dem Rattengift«, sagte Wilson. »Vergessen Sie die ganze Geschichte.« »Hat nichts auf sich.« »Man kann's versuchen«, sagte McComber. »Ich werde jedoch nicht vergessen, was Sie für mich getan haben.« »Gar nichts«, sagte Wilson. »Was für ein Unsinn!« So saßen sie da im Schatten, wo das Lager aufgeschlagen war, unter einigen breitkronigen Akazien, hinter ihnen eine geröllbedeckte Klippe und ein Grasstreifen, der bis zum Ufer eines geröllgefüllten Flussbettes vor ihnen reichte und Wald, jenseits davon, saßen bei ihrem gut temperierten Limonsaft und vermieden, einander anzusehen, während die Boys den Tisch zum Essen deckten. Wilson spürte, dass die Boys jetzt im Bilde waren und als er McComber's Privatboy neugierig seinen Herrn anblicken sah, als er ein paar Schüsseln auf den Tisch stellte, fuhr er ihn auf Suaheli an. Der Bursche wandte sich mit ausdruckslosem Gesicht ab. »Was haben Sie ihm gesagt?« fragte McComber. »Gar nichts«, sagte ihm, er solle sich sputen, »sonst würde ich dafür sorgen, dass er fünf Zehn von der besten Sorte kriegt.« »Was heißt das? Schläge?« »Es ist ganz gesetzeswidrig«, sagte Wilson. »Man soll Ihnen Geldstrafen aufbrummen.« »Werden Sie immer noch ausgepeitscht?« »Oh ja, es könnte Stunk geben, falls Sie sich beklagen sollten, aber Sie tun's nicht. Ist Ihnen lieber als Geldstrafen?« »Vie merkwürdig«, sagte McComber. »Gar nicht merkwürdig eigentlich«, sagte Wilson. »Was würden Sie tun? Ne Tracht Prügel einstecken oder Ihr Gehalt einbüßen?« Dann war er verlegen, weil er das gefragt hatte. Und ehe McComber antworten konnte, fuhr er fort, »Wissen Sie, wir haben schließlich alle jeden Tag unsere Prügel einzustecken, so oder so. Das machte es nicht besser.« »Weiß Gott«, dachte er, »ich bin ein Diplomat, wahrhaftig.« »Ja, wir stecken unsere Prügel ein«, sagte McComber und sah ihn immer noch nicht an. »Die Geschichte mit dem Löwen tut mir schrecklich leid.« »Es braucht doch nicht herauszukommen, wie?« »Ich meine, niemand wird davon erfahren, nicht wahr?« »Sie meinen, ob ich es im Mepheiger-Club erzählen werde?« Wilson sah ihn jetzt kalt an. Das hatte er nicht erwartet. »Also ist er ein verdammter Scheißkerl und nicht nur ein verdammter Feigling«, dachte er. »Ich hatte ihn auch ganz gern bis heute. Aber wie soll man sich bei so einem Amerikaner auskennen?« »Nein«, sagte Wilson, »ich bin Berufsjäger. Wir reden nie über unsere Kundschaft. Da können Sie ganz beruhigt sein. Es verstößt aber gegen den guten Ton, uns um Verschwiegenheit zu bitten.« »Es war ihm jetzt klar, dass es viel einfacher sein würde, glatt zu brechen.« »Er würde dann allein essen und konnte bei seinen Mahlzeiten ein Buch lesen. Sie würden allein essen. Er würde mit ihnen auf sehr förmlicher Basis die Safari durchführen. Wir nannten es doch die Franzosen »Consideration Distinguée«. Und es würde verdammt viel einfacher sein, als diesen ganzen Gefühlskitsch mitmachen zu müssen. Er würde ihn beleidigen und einen klaren Bruch herbeiführen. Dann konnte er beim Essen ein Buch lesen und immer noch ihren Whisky trinken. Es war eine stehende Redensart, wenn eine Safari schief ging. Man traf einen anderen weißen Jäger und fragte, »Wie geht denn die Sache?« Und der antwortete, »Hm, ich trinke immer noch ihren Whisky.« Und man wußte, daß alles in die Brüche gegangen war. »Es tut mir leid«, sagte McComber und sah ihn mit seinem amerikanischen Gesicht an, das jungenhaft bleiben würde, bis es ältlich wurde. Und Wilson musterte sein seemännisch kurzgeschworenes Haar, seine schönen, ganz leicht ausweichenden Augen, seine gut geschnittene Nase, die schmalen Lippen und die hübsche Mundpartie. »Es tut mir leid, daß ich das nicht wußte. Es gibt eine Menge Sachen, die ich nicht weiß.« »Was sollte man da machen?« dachte Wilson. Er war fest entschlossen, rasch und sauber zu brechen und da entschuldigte sich dieser Tölpel, nachdem er ihn gerade beleidigt hatte. Er machte noch einen Versuch. »Haben Sie keine Sorge, dass ich reden könnte?« sagte er. »Ich muss mein Brot verdienen. Sie wissen doch, in Afrika verfehlt keine Frau je ihren Löwen und kein Weißer nimmt Reiß aus.« »Ich hab Reiß ausgenommen, wie ein Hase«, sagte McComber. »Tja, in drei Teufelsnamen. Was sollte man mit einem Mann anfangen, der so redete?«, überlegte Wilson. Wilson sah McComber mit seinen flachen, blauen Augen an, den Augen eines Maschinengewehrschützen. Und der andere lächelte ihm zu. Er hatte ein nettes Lächeln, wenn man nicht bemerkte, wie sehr seine Augen verrieten, wenn er sich verletzt fühlte. »Vielleicht kann ich's mit einem Büffel wieder wettmachen,« sagte er. »Das wird das Nächste für uns sein, nicht wahr?« »Morgen früh, wenn Sie wollen,« sagte Wilson zu ihm. Vielleicht hat er sich geirrt, war anständig, es so zu nehmen. Man konnte wahrhaftig auch nicht das Geringste bei so einem Amerikaner voraussagen. Er war wieder ganz für McComber, wenn man den Morgen vergessen könnte. Aber natürlich, das konnte man nicht. Der Morgen war ungefähr so scheußlich gewesen, wie nur möglich. »Da kommt die Menze, hip!« sagte er. Sie kam von ihrem Zelt auf sie zu und sah erfrischt und vergnügt und ganz reizend aus. Sie hatte ein ebenmäßiges, ovales Gesicht, so ebenmäßig, dass man sie leicht für dumm halten konnte. Aber sie war nicht dumm, dachte Wilson. Nein, dumm war sie nicht. »Wie geht es dem schönen, rotgesichtigen Mr. Wilson? Fühlst du dich besser, Francis, meine Zierde?« »Ja, danke«, antwortete McComber. »Ich bin mit der ganzen Geschichte fertig«, sagte sie und setzte sich an den Tisch. »Was macht es denn schon aus, ob Francis sich aufs Löwenschießen versteht oder nicht?« »Das ist nicht sein Geschäft.« »Das ist Mr. Wilsons Geschäft.« »Mr. Wilson ist wirklich sehr eindrucksvoll beim Schießen.« »Nicht wahr? Sie schießen doch alles?« »Aber ja, alles«, sagte Wilson. »Einfach alles.« »Die sind,« dachte er, »die allerhärtesten auf der ganzen Welt.« »Die härtesten, die grausamsten, die raubtierhaftesten und die reizvollsten.« »Und während sie hart geworden sind, sind ihre Männer schlapp geworden oder ihre Nerven sind in die Brüche gegangen. Oder kommt es vielleicht daher, dass sie sich Männer aussuchen, die sie lenken können?« »In dem Alter, in dem sie heiraten können, sie aber noch nicht so viel wissen«, dachte er. Er war dankbar, dass er seine Erfahrungen mit amerikanischen Frauen bereits hinter sich hatte, denn diese hier war sehr anziehend. »Wir gehen morgen früh auf Büffel«, sagte er zu ihr. »Ich komme mit«, sagte sie. »Nein, das werden sie nicht.« »Doch, ich komme.« »Nicht wahr? Ich kann, Francis.« »Warum willst du nicht im Lager bleiben?« »Um keinen Preis«, sagte sie. »Sowas wie heute möchte ich mir um keinen Preis entgehen lassen.« Als sie fortging, dachte Wilson, als sie wegging, um zu weinen, erschien sie ein verdammt anständiges Frauenzimmer zu sein. Sie schien zu verstehen, zu begreifen, verletzt zu sein seinetwegen und auch um ihrer Selbstwillen und zu wissen, worum es eigentlich ging. Sie ist 20 Minuten weg und jetzt ist sie wieder da, von Kopf bis Fuß emailliert mit jener amerikanischen Weibergrausamkeit. Es sind die verfluchtesten Weiber der Welt. Wahrhaftig, die allerverfluchtesten. »Morgen werden wir dir ein neues Schauspiel bieten«, sagte Francis McComber. »Sie werden nicht mitkommen«, sagte Wilson. »Sie irren sich«, antwortete sie ihm. »Und ich möchte so gern sehen, wie Sie sich wieder produzieren. Heute Morgen waren Sie wunderbar, das heißt, falls es wunderbar ist, Köpfe zu zerschießen.« »Hier kommt das Essen«, sagte Wilson. »Sie sind sehr vergnügt, was?« »Warum nicht?« »Ich bin nicht hier herausgekommen, um mich zu langweilen.« »Nun, langweilig war es nicht«, sagte Wilson. »Er konnte das Geröll im Fluß sehen und jenseits das hohe Ufer mit den Bäumen. Und er dachte an den Morgen zurück.« »Oh nein«, sagte sie, »es war entzückend.« »Und morgen?« »Sie können sich nicht vorstellen, wie ich mich auf morgen freue.« »Das ist Ellen, was er Ihnen serviert«, sagte Wilson. »Das sind die großen, kuhartigen Dinger, die wie Hasen hüpfen, nicht wahr?« »So kann man sie beschreiben«, sagte Wilson. »Es ist sehr gutes Fleisch«, sagte McComber. »Hast du es geschossen, Francis?« »Ja.« »Die sind nicht gefährlich, nicht wahr?« »Nur, wenn sie auf einen Rauffallen«, sagte Wilson. »Was bin ich froh!« »Warum nicht mit den Weibergemeinheiten ein bisschen aufhören, Margit«, sagte McComber, während er das Antilopensteak schnitt und etwas Kartoffelbrei, Soße und Karotten auf die nach unten zeigende Gabel häufte. die das Stück Fleisch aufspießte. »Könnte ich wohl«, sagte sie, »da du es so hübsch ausgedrückt hast.« »Heute Abend wollen wir den Löwen mit Sekt begießen«, sagte Wilson. »Es ist mittags ein bisschen zu heiß.« »Ach, der Löwe«, sagte Margaret, »den Löwen hatte ich ganz vergessen.« »Na, sie nimmt ihn tüchtig hoch und ob«, dachte Robert Wilson bei sich. »Oder ist das vielleicht ihre Art, gute Miene zum bösen Spiel zu machen?« »Wie soll sich eine Frau benehmen, wenn sie entdeckt, dass ihr Mann ein verdammter Feigling ist?« »Sie ist verflucht grausam, aber grausam sind sie alle.« »Sie haben das Kommando, natürlich, und um zu kommandieren muss man manchmal grausam sein. Dennoch, ich hab ihren verdammten Terror satt. Nehmen Sie noch etwas Ellen-Antilope?« sagte er höflich zu ihr. Später an jenem Nachmittag fuhren Wilson und McComber mit dem eingeborenen Chauffeur und den zwei Gewehrträgern im Auto hinaus. Mrs. McComber blieb im Lager. Zum Ausgehen sei es zu heiß, sagte sie, und sie würde am frühen Morgen mit ihnen kommen. Als sie losfuhren, sah Wilson sie unter dem großen Baum stehen. Sie war eher hübsch als schön, in ihrem zartrosigen Kaki, dem dunklen Haar, das sie nach hinten aus der Stirn gezogen und im Nacken in einem tiefen Knoten zusammengefasst hatte, und einem Gesicht, das so frisch aussah, als ob sie in England wäre. Sie winkte ihnen zu, als sich das Auto durch das hohe Gras der Niederung in Bewegung setzte und sich zwischen den Bäumen hindurch zu den kleinen, mit Gebüsch bestandenen Hügeln hinaufwand. Im Gebüsch fanden sie eine Herde im Pallas, und sie verließen das Auto und pirschten einen alten Widder mit großen, weitgespreizten Hörnern an, und McComber erlegte ihn mit einem sehr beachtlichen Schuss, der den Bock aus einer Entfernung von beinahe 200 Metern umwarf und die Herde wild losjagen und sie mit hochgezogenen Läufen in langen Sätzen eines über des anderen Rücken springen ließ. In Sätzen. Unwahrscheinlich und schwebend, wie die, die man manchmal in Träumen macht. Das war ein anständiger Schuss, sagte Wilson. Sie sind nur ein kleines Ziel. Taugt das Gehirn was? fragte McComber. Es ist hervorragend, sagte Wilson zu ihm. Wenn Sie so schießen, wird alles glatt gehen. Glauben Sie, dass wir morgen Büffel finden werden? Die Aussichten sind gut. Sie essen früh am Morgen. Und mit ein bisschen Glück können wir sie im freien Gelände erwischen. Ich möchte diese Löwengeschichte gern aus der Welt schaffen, sagte McComber. Es ist nicht sehr angenehm, wenn die eigene Frau sieht, dass man so etwas macht. Ich würde meinen, es ist noch weit unangenehmer, so etwas zu tun. Oder wenn man es getan hat, darüber zu reden, dachte Wilson, ob die Frau es sieht oder nicht sieht. Aber er sagte, ich würde nicht mehr daran denken, Jeden kann der erste Löwe umschmeißen. Das ist jetzt vorbei. Aber an jenem Abend, nach dem Essen und einem Whisky-Soda am Feuer vorm Schlafen gehen, als Francis McComber auf seinem Feldbett unter dem Moskitonetz lag und auf die nächtlichen Geräusche hörte, war es nicht vorbei. Es war weder vorbei, noch fing es an. Es war da, genauso, wie es sich zugetragen hatte, mit einigen unauslöschlich eingeprägten Einzelheiten und er schämte sich hundserbärmlich darüber. Aber stärker noch als Scham fühlte er kalte, aushöhlende Angst in sich. Die Angst war noch da, wie ein kaltes, schleimiges Loch in all der Leere, wo früher einmal sein Selbstvertrauen gewesen war und sie erregte ihm Übelkeit. Sie war jetzt immer noch da in ihm. Es hatte die Nacht vorher angefangen, als er aufgewacht war und den Löwen brüllen hörte, irgendwo oben am Fluss. Es war ein tiefer Ton und zum Schluss war sowas wie ein hustendes Grunzen und das klang, als ob er direkt vor dem Zelt war und als Francis McComber in der Nacht aufwachte und es hörte, hatte er Angst. Er konnte seine Frau ruhig im Schlaf atmen hören. Da war niemand, dem er sagen konnte, dass er Furcht hatte. Niemand, der sich mit ihm fürchtete. Und da lag er allein und kannte das Somali-Sprichwort nicht, das sagt, dass ein tapferer Mann immer dreimal vor einem Löwen Angst hat, wenn er zum ersten Mal seine Spur sieht, wenn er ihn zum ersten Mal brüllen hört und wenn er ihm zum ersten Mal gegenübersteht. Dann, als sie, ehe die Sonne aufgegangen war, bei Laternenlicht draußen im Speisezelt Frühstück aßen, brüllte der Löwe wieder und es kam Francis vor, als ob er dicht am Rand des Lagers sei. Scheint ein alter Knabe zu sein, sagte Wilson und blickte von seinen Bücklingen und seinem Kaffee auf. Hören Sie, er hustet. Ist er sehr nah? Eine Meile oder so stromaufwärts. Werden wir ihn sehen? Wir werden ihn sehen. Dass sein Brüllen so weit trägt, es klingt, als ob er mitten im Lager wäre. Trägt verdammt weit, sagte Robert Wilson. Es ist merkwürdig, wie es trägt. Hoffentlich ist es eine jagbare Katze. Die Boys sagen, es gäbe hier herum einen sehr großen. Falls ich zum Schuss komme, fragte McComber, wo soll ich hintreffen, um ihn zu stoppen? Aufs Blatt, sagte Wilson. Ins Genick, wenn es geht. Schießen Sie aufs Rückgrat. Schießen Sie ihn nieder. Hoffentlich kann ich den Schuss richtig anbringen, sagte McComber. Sie schießen sehr gut, sagte Wilson zu ihm. Lassen Sie sich Zeit. Nehmen Sie ihn genau aufs Korn. Komm, der erste Treffer zählt. Wie weit wird es sein? Kann man nicht sagen. Der Löwe hat da mitzureden. Würde nicht schießen, wenn er nicht nah genug ist, so dass Sie ihn sicher haben. Auf weniger als 90 Meter, fragte McComber. Wilson blickte ihn kurz an. 90 ist ungefähr richtig. Kann sein, dass Sie ihn ein wenig näher angehen müssen. Würde keinen Schuss von viel weiter weg riskieren. 90 ist eine anständige Schussweite. Da können Sie ihn treffen, wo immer Sie wollen. Ah, da kommt die Mimsa-Hipp. Guten Morgen, sagte sie. Sind wir hinter dem Löwen her? Sobald Sie mit Ihrem Frühstück fertig sind, antwortete Wilson. Wie fühlen Sie sich? Großartig, sagte sie. Ich bin furchtbar aufgeregt. Ich will nur mal gehen und sehen, ob alles fertig ist. Wilson stand auf. Während er wegging, brüllte der Löwe wieder. Alter Krakeler, sagte Wilson. Themen werden wir ein Ende machen. Was ist los, Francis? fragte ihn seine Frau. Nichts, sagte McComber. Doch, es ist etwas, sagte sie. Worüber regst du dich auf? Über gar nichts, sagte er. Sag mir, sie sah ihn an, fühlst du dich nicht wohl? Es ist dieses verdammte Gebrüll, sagte er. Weißt du, es ging die ganze Nacht durch. Warum hast du mich nicht geweckt? sagte sie. Ich hätte es so gern gehört. Ich muss das verdammte Biest schießen, sagte McComber jämmerlich. Na, deswegen bist du doch hier draußen, nicht? Ja, aber ich bin nervös. Das Gebrüll von dem Biest fällt mir auf die Nerven. Also dann schieß ihn tot, wie Wilson sagte, und mach dem Gebrüll ein Ende. Jawohl, Liebling, sagte Francis McComber. Es klingt einfach, nicht wahr? Du hast doch nicht Angst, oder doch? Natürlich nicht. Aber ich bin nervös von dem Gebrüll die ganze Nacht über. Du wirst ihn ganz fabelhaft erledigen, sagte sie. Ich weiß, du wirst. Ich bin schon wahnsinnig gespannt darauf, es zu sehen. Frischstücke fertig und wir brechen auf. Es ist noch nicht hell, sagte sie. Dies ist eine lächerliche Zeit. Gerade da brüllte der Löwe. Eine brusttiefe, stöhnende, plötzlich kehlige und anschwellende Schwingung schien die Luft zu erschüttern und endete in einem Säufzer und einem schweren, brusttiefen Grunzen. Es klingt, wie wenn er direkt hier im Lager wäre, sagte McCombers Frau. Weiß Gott, sagte McComber, ich hasse diesen verdammten Lärm. Es ist sehr eindrucksvoll. Eindrucksvoll? Es ist grauenhaft. Eben da erschien Robert Wilson wieder. Er trug seine kurze, hässliche, erschreckend großkalibrige Punkt 505, Gips und grinste. Kommen Sie, sagte er. Der Gewehrträger hat ihre Springfield und die große Büchse. Es ist alles im Auto. Haben Sie Ihre Vollmantel geschossen? Ja. Ich bin bereit, sagte Mrs. McComber. Müssten diesem Bebrüller ein Ende machen, sagte Wilson. Gehen Sie nach vorn. Die Mim Sahib kann hier hinten mit mir sitzen. Sie kletterten in das Auto, fuhren los und im ersten grauen Tageslicht zwischen den Bäumen hindurch, flussaufwärts. McComber öffnete den Verschluss seiner Büchse und sah, dass er Vollmantelgeschosse darin hatte, schloss die Kammer und sicherte. Er sah, wie seine Hand zitterte. Er tastete in der Tasche nach weiteren Patronen und fuhr mit den Fingern über die Patronen in den Schlaufen vorn in seine Jacke. Er drehte sich um, Wilson zu, der auf dem Rücksitz in dem türlosen, kastenartigen Auto neben seiner Frau saß. Beide grinsten vor Aufregung und Wilson beugte sich vor und flüsterte, Sehen Sie die Vögel einfallen? Bedeutet, dass der alte Bursche seine Beute verlassen hat. Am jenseitigen Flussufer sah McComber Geier über den Bäumen kreisen und plötzlich senkrecht niederstoßen. Gut möglich, dass er hier entlang kommen wird, um zu saufen, ehe er sich zur Ruhe legt, flüsterte Wilson. Halten Sie die Augen auf! Sie fuhren langsam an der hohen Böschung des Flusses entlang, die hier tief in sein geröllgefülltes Bett einschnitt, und sie wandten sich bei der Fahrt zwischen großen Bäumen hindurch. McComber beobachtete das gegenüberliegende Ufer, als er fühlte, dass Wilson seinen Arm packte. Das Auto hielt. Da ist er, hörte er flüstern, geradeaus nach rechts. Steigen Sie aus und schießen Sie. Es ist ein wunderbarer Löwe. Jetzt sah McComber den Löwen. Er stand, fast in ganzer Länge sichtbar, das mächtige Haupt erhoben und ihnen zugewandt. Der frühe Morgenwind, der ihnen gegenwehte, bewegte gerade seine dunkle Mähne, und der Löwe sah riesenhaft aus, scharf umrissen im grauen Morgenlicht auf der Uferböschung mit seinem schweren Blatt und dem tonnenförmigen, ebenmäßig gewölbten Rumpf. Wie weit ist er? fragte McComber und hob die Büchse. Ungefähr siebzig. Steigen Sie aus und schießen Sie. Warum nicht von hier, wo ich bin, schießen? Man schießt nicht vom Auto aus, hörte er Wilson ihm ins Ohr sagen. Steigen Sie aus, der bleibt doch nicht den ganzen Tag stehen. McComber stieg über die geschwungene Öffnung neben dem Vordersitz auf das Trittbrett und hinunter auf den Boden. Der Löwe stand immer noch da und blickte majestätisch und kühl auf diesen Gegenstand hin, den seine Augen nur als Umriß wahrnahmen. Massig ausladend, wie ein Riesenrhino. Ihm wurde keine Menschenwitterung zugetragen und er beobachtete den Gegenstand und bewegte sein mächtiges Haupt ein wenig von einer Seite zur anderen. Dann, während er den Gegenstand furchtlos beobachtete, jedoch zögerte, mit diesem Gegenüber das Ufer hinabzugehen, um zu trinken, sah er, wie sich die Gestalt eines Mannes davon loslöste und er wandte das schwere Haupt und setzte in Sprüngen der Deckung der Bäume zu. Als er ein berstendes Krachen hörte und den Einschlag einer .30-06 220-grain-kalibrigen massiven Patrone fühlte, die sich in seine Flanke einbiss und mit jähr, heißer, siedender Übelkeit seinen Magen aufschlitzte. Er trabte schwerfällig, großpfotig, verwundet, prallleibig, schwankend durch die Bäume dem hohen Gras und der Deckung zu und das Krachen kam noch einmal, ging an ihm vorbei und zerriss die Luft. Dann krachte es noch einmal und er fühlte den Schlag, als er seine unteren Rippen traf und weiter aufschlitzte und Blut plötzlich heiß und schaumig im Maul und er galoppierte dem hohen Gras zu, wo er sich niederkauern konnte und nicht gesehen wurde und wo sie das krachende Ding nahe genug heranbringen mussten, dass es lossetzen und den Mann, der es hielt, erwischen konnte. Als Mekombe aus dem Auto stieg, hatte er nicht überlegt, wie dem Löwen zumute war. Er wusste nur, dass seine Hände zitterten und als er sich vom Auto entfernte, war es ihm fast unmöglich, seine Beine in Bewegung zu setzen. Sie waren steif in den Oberschenkeln, aber er konnte fühlen, wie die Muskeln flogen. Er hob die Büchse, zielte auf die Stelle zwischen Kopf und Schultern des Löwen und drückte ab. Nichts geschah, obgleich er am Abzug zog und abdrückte, bis er glaubte, seine Finger würden zerbrechen. Dann wurde ihm klar, dass noch gesichert war und während er die Büchse senkte, um die Sicherung vorzuschieben, bewegte er sich noch einen starren Schritt vorwärts und der Löwe, der seine Silhouette jetzt von der Silhouette des Autos losgelöst sah, rannte um und setzte sich in Trab und als McComber Feuer gab, hörte er einen Aufschlag, der besagte, dass die Kugel gesessen hatte, aber der Löwe lief weiter. McComber schoss wieder und alle sahen die Kugel hinter dem trabenden Löwen Erde aufwerfen. Er schoss nochmals und dachte daran, tiefer zu zielen und alle hörten die Kugel auftreffen und der Löwe ging in Galopp über und war im hohen Gras, bevor er noch repetieren konnte. McComber stand da und sein Magen drehte sich um. Seine Hände, die noch die schussbereite Springfield hielten, bebten und seine Frau und Robert Wilson standen bei ihm. Neben ihm standen auch die beiden Gewehrträger und plapperten auf Verkamba. Ich habe ihn getroffen, sagte McComber. Ich habe ihn zweimal getroffen. Sie haben ihn weit wund geschossen und dann noch irgendwo weiter vorn getroffen, sagte Wilson ohne Begeisterung. Die Gewehrträger sahen sehr ernst aus. Sie schwiegen jetzt. Vielleicht haben sie ihn getötet, fuhr Wilson fort. Wir müssen eine Weile warten, ehe wir hingehen, um es festzustellen. Was meinen sie damit? Er soll sich erst ins Wundbett nieder tun, bevor wir ihm nachspüren. Hm, sagte McComber. Es ist ein verdammt starker Löwe, sagte Wilson aufgeräumt. Er hat sich nur einen schlechten Platz ausgesucht. Warum ist der schlecht? Man sieht ihn erst, wenn man ganz dicht an ihn heran ist. Hm, sagte McComber. Kommen Sie, los, sagte Wilson. Die Mensahipp kann hier im Auto bleiben. Wir wollen gehen und die Schweißpferde besehen. Bleib hier, Margit, sagte McComber zu seiner Frau. Sein Mund war ganz trocken und es fiel ihm schwer zu reden. Warum, fragte sie. Wilson sagt es. Wir wollen es uns mal besehen, sagte Wilson. Bleiben Sie hier. Von hier aus können Sie sogar besser sehen. Schön. Wilson sprach auf Suaheli mit dem Fahrer. Er nickte und sagte, jawohl, Bwana. Dann gingen sie das steile Ufer hinunter und durch den Fluss, kletterten über und um das Geröll herum und das andere Ufer hinauf, zogen sich an ein paar vorspringenden Wurzeln hoch und gingen dann daran entlang, bis sie die Stelle fanden, wo der Löwe getrabt war, als McComber zum ersten Mal gefeuert hatte. Die Gewehrträger zeigten mit Grashalm im kurzen Gras auf den dunklen Schweiß, der sich zwischen den Uferbäumen verlief. Was werden wir tun? fragte McComber. Keine große Auswahl, sagte Wilson. Wir können das Auto nicht rüberbringen. Das Ufer ist zu steil. Wir wollen ihn ein bisschen steif werden lassen. Dann werden Sie und ich hineingehen und nach ihm suchen. Kann man nicht das Gras in Brand setzen? fragte McComber. So frisch. Kann man nicht die Treiber schicken? Wilson sah ihn prüfend an. Natürlich kann man, sagte er. Aber es riecht ein bisschen nach Mord. Wir wissen, dass der Löwe getroffen ist, nicht wahr? Man kann einen unverletzten Löwen jagen. Er wird sich vor einem Geräusch herbewegen, aber ein krankgeschossener Löwe greift an. Man kann ihn erst sehen, wenn man direkt dran ist. Er wird sich völlig flach machen in einer Deckung, von der Sie nicht denken würden, dass Sie einen Hasen verbergen könnte. In so einen Zirkus kann man nicht gut halbwüchsige Jungen hineinschicken. Irgendwer kriegt bestimmt was ab. Und die Gewehrträger? Oh, die gehen mit uns. Es ist ihre Schaurie. Verstehen Sie? Die haben sich dazu verpflichtet. Sehr glücklich sehen sie ja doch nicht aus, was? Ich will da nicht hineingehen, sagte McComber. Es war heraus, bevor er wusste, dass er es gesagt hatte. Ich auch nicht, sagte Wilson sehr munter. Haben aber tatsächlich keine Wahl. Dann, nachträglich, warf er einen flüchtigen Blick auf McComber und sah auf einmal, wie er zitterte und den jämmerlichen Ausdruck auf seinem Gesicht. Selbstverständlich brauchen Sie nicht hineinzugehen, sagte er. Dafür bin ich ja angeheuert, nicht wahr? Darum bin ich auch so teuer. Wollen Sie sagen, dass Sie da allein reingehen würden? Warum ihn nicht dort lassen? Robert Wilson, der sich nur mit dem Löwen und dem Problem, das er bot, beschäftigt hatte und der gar nicht an McComber gedacht hatte, außer um vielleicht zu bemerken, dass er ein Angsthase war, hatte plötzlich ein Gefühl, als ob er in einem Hotel die falsche Tür geöffnet und etwas Peinliches gesehen hatte. Was wollen Sie damit sagen? Warum ihn nicht einfach dort lassen? Sie meinen, uns selbst vormachen, dass er nicht getroffen ist? Nein, einfach lassen. Das tut man nicht. Warum nicht? Erstens hat er bestimmt Schmerzen, zweitens könnte irgendwer anderes zufällig auf ihn stoßen. Ach so, aber Sie brauchen gar nichts damit zu tun zu haben. Ich möchte aber, sagte McComber. Wissen Sie, ich hab's nur mit der Angst. Ich werde vorangehen, wenn wir reingehen, sagte Wilson. Und Kongoni wird der Spur folgen. Halten Sie sich hinter mir und ein bisschen seitwärts. Sehr möglich, dass wir ihn knurren hören. Wenn wir ihn sehen, schießen wir beide. Machen Sie sich keinerlei Sorgen. Ich decke Sie die ganze Zeit. Wissen Sie, tatsächlich sollten Sie vielleicht lieber nicht gehen. Es ist wahrscheinlich viel besser. Warum gehen Sie nicht hinüber zu der Memsa Hip, während ich die Sache eben erledige? Nein, ich möchte gehen. Schön, sagte Wilson. Aber gehen Sie nicht hinein, wenn Sie nicht wollen. Dies ist jetzt meine Schaurie, nicht wahr? Ich möchte gehen. sagte Mekomber. Sie saßen unter einem Baum und rauchten. Wollen Sie hinübergehen und sich mit der Memsa Hip unterhalten, während wir warten? fragte Wilson. Nein. Ich gehe mal hinüber und sage ihr, sie soll Geduld haben. Gut, sagte Mekomber. Er saß da mit trockenem Mund, ein hohles Gefühl im Magen, schwitzte unter den Armen und suchte den Mut aufzubringen, Wilson zu sagen, dass er allein hineingehen und den Löwen ohne ihn erledigen solle. Er konnte nicht wissen, dass Wilson wütend war, weil er den Zustand, in dem er sich befand, nicht eher bemerkt und ihn zu seiner Frau zurückgeschickt hatte. Während er so da saß, kam Wilson zurück. Hier ist Ihre große Büchse, sagte er. Nehmen Sie sie. Ich glaube, wir haben ihm genug Zeit gelassen. Kommen Sie. Mekomber nahm die große Büchse und Wilson sagte, bleiben Sie hinter mir und ungefähr vier Meter rechts und tun Sie genau, was ich Ihnen sage. Dann sprach er auf Suaheli mit den beiden Gewehrträgern, die wie ein Bild des Trübsinns aussahen. Wir wollen gehen, sagte er. Kann ich einen Schluck Wasser haben? fragte Mekomber. Wilson redete mit dem älteren Gewehrträger, der eine Wasserflasche am Gürtel trug und der Mann hakte sie los, schraubte den Verschluss ab und reichte sie Mekomber, der sie nahm und dem auffiel, wie schwer sie schien und wie haarig und abgenutzter Filzüberzug in seiner Hand war. Er hob sie in die Höhe, um zu trinken, und blickte gerade vor sich hin, auf das hohe Gras mit den flachkronigen Bäumen dahinter. Eine Brise wehte ihnen entgegen und das Gras wogte leise im Wind. Er blickte den Gewehrträger an und er konnte sehen, dass der Gewehrträger auch Angst hatte. Dreißig Meter tiefer im Gras lag der große Löwe flach hingestreckt am Boden. Seine Ohren waren angelegt und seine einzige Bewegung war ein schwaches Auf- und Abzucken seines langen schwarzquastigen Schwanzes. Er stellte sich, sobald er diese Deckung erreicht hatte, und die Wunde in seinem vollen Leib ließ ihn erbrechen und die Wunde in der Lunge, die ihm jedes Mal, wenn er atmete, ein dünnes schaumiges Rot ins Maul trieb, schwächte ihn. Seine Weichen waren nass und heiß, und Fliegen waren auf den kleinen Öffnungen, die die Kugeln in sein lehmfarbenes Fell gemacht hatten, und seine großen, gelben, von Hass verengten Augen blickten starr vor sich hin und zuckten nur, wenn der Schmerz beim Atmen kam und seine Pranken sich in die ausgedörrte Erde gruben. Alles in ihm, Schmerz, Übelkeit, Hass und alle ihm verbliebene Kraft verdichteten sich zum Sprung. Er konnte die Männer sprechen hören, und er wartete und presste sein ganzes Sein in diese Vorbereitung zum Angriff. Die Männer sollten nur das Gras betreten. Als er ihre Stimmen hörte, steifte sich sein Schwanz und zuckte auf und nieder, und als sie den Rand des Grases betraten, gab er ein hustendes Grunzen von sich und griff an. Kongoni, der alte Gewehrträger an der Spitze, hielt die Schweißspur im Auge. Wilson beobachtete das Gras auf irgendeine Bewegung hin, die große Büchse schussbereit. Der zweite Gewehrträger blickte vorwärts und lauschte. McComber war dicht hinter Wilson, mit schussbereiter Büchse. Sie hatten gerade das Gras betreten, als McComber das bluterstickte, hustende Grunzen hörte und den rauschenden Ansturm im Gras sah. Das nächste, was er wusste, war, dass er rannte, wild rannte, in Panik, ins Freie, dem Fluss zu. Er hörte das Caravan von Wilsons großer Büchse und nochmals, in einem zweiten krachen Caravan und sich umwendend, sah er den Löwen, der jetzt grausig aussah, als sei der halbe Kopf weg, am Saum des hohen Grases auf Wilson zugriechen, während der rotgesichtige Mann den Verschluss an der kurzen, hässlichen Büchse bestätigte und sorgfältig zielte und noch ein vernichtendes Caravan aus der Mündung kam und der kriechende, schwere, gelbe Rumpf des Löwen erstarrte und das riesige, verstümmelte Haupt nach vorn glitt und McComber, der allein in der Lichtung, in die er gelaufen war, stand und ein geladenes Gewehr in der Hand hielt, wusste, während zwei schwarze Männer und ein weißer Mann voller Verachtung auf ihn zurückblickten, dass der Löwe tot war. Er ging auf Wilson zu und seine Länge wirkte wie ein nackter Vorwurf und Wilson sah ihn an und sagte, wollen Sie Aufnahmen machen? Nein, sagte er. Das war alles, was irgendwer gesagt hatte, bis sie beim Autor angelangt waren. Dann hatte Wilson gesagt, Prachtkerl von einem Löwen, die Boys werden ihn abhäuten. Wir können genauso gut hier im Schatten bleiben. McCombers Frau hatte ihn nicht angesehen, noch er sie und er hatte neben ihr auf dem Rücksitz gesessen, während Wilson auf dem Vordersitz saß. Einmal hatte er hinüber gelangt und die Hand seiner Frau genommen, ohne sie anzublicken, und sie hatte ihre Hand weggezogen. Als er über den Fluss blickte, wo die Gewehrträger den Löwen abhäuteten, konnte er sehen, dass sie das Ganze hatte mit ansehen können. Während sie da saßen, fasste seine Frau nach vorn und legte ihre Hand auf Wilsons Schulter. Er wandte sich um, und sie beugte sich über den niedrigen Sitz von über und küßte ihn auf den Mund. Aber was denn, sagte Wilson und wurde röter als seine gewohnte Ziegelfarbe. Mr. Robert Wilson, sagte sie, der schöne, rotgesichtige Mr. Robert Wilson. Dann setzte sie sich wieder neben McComber und blickte hinweg über den Fluss dorthin, wo der Löwe lag, mit hochstehenden, weißmuskeligen Sehnen gezeichneten nackten Vorderpranken und weißem, aufgetriebenem Bauch, als die Schwarzen ihm die Haut abschabten. Schließlich brachten die Gewehrträger das Fell herüber, nass und schwer, und kletterten mit ihm hinten hinein, nachdem sie es, bevor sie einstiegen, zusammengerollt hatten und das Auto fuhr los. Niemand hatte irgendetwas gesagt, bis sie im Lager zurück waren. Das war die Geschichte mit dem Löwen. McComber hatte weder gewusst, wie dem Löwen zumute war, bevor er lossetzte, noch dabei, als ihm das unglaubliche Geschmetter der Punkt 505 mit einem Mündungsdruck von zwei Tonnen ins Maul geschlagen, noch was ihn danach weiter vorwärts getrieben hatte, als das zweite aufschlitzende Krachen ihm das Hinterteil zerschmetterte und er auf das Krachen der explodierende Ding, das ihn vernichtet hatte, losgekrochen kam. Wilson wusste etwas davon und gab dem nur Ausdruck, in dem er sagte, Mordskerl von einem Löwen. Aber McComber wusste auch nicht, was Wilson den Dingen gegenüber empfand. Er wusste nicht, was seine Frau empfand. Er wusste nur, dass er für sie erledigt war. Er war schon häufiger für seine Frau erledigt gewesen, aber es dauerte nie an. Er war sehr wohlhabend und würde später noch viel wohlhabender sein und er wusste, dass sie ihn jetzt nicht mehr verlassen würde. Das war eine von den wenigen Sachen, die er wirklich wusste. Das wusste er. Und über Motorräder wusste er Bescheid. Das war das früheste. Über Autos, über Entenjagd, über Forellen, Lachs und Hochseefischerei, über Erotik in Büchern, in vielen, zu vielen Büchern, über alle Ballspiele, über Hunde, nicht viel über Pferde, über das Zusammenhalten seines Geldes, über die meisten anderen Dinge, mit denen man sich in seiner Welt abgab und dass ihn, seine Frau, nicht verlassen würde. Seine Frau war eine große Schönheit gewesen und in Afrika war sie immer noch eine große Schönheit, aber zu Hause war sie keine so große Schönheit mehr, dass sie ihn hätte verlassen und es hätte besser haben können. Und sie wusste es und er wusste es. Sie hatte die Chance, ihn zu verlassen, verpasst und er wusste es. Wenn er sich besser auf Frauen verstanden hätte, würde sie wahrscheinlich angefangen haben, sich Gedanken zu machen, dass er eine andere schöne Frau nehmen würde. Aber sie wusste auch über ihn zu viel, um sich seinetwegen zu beunruhigen. Außerdem hatte er immer eine große Duldsamkeit gezeigt, was das Netteste an ihm zu sein schien, falls es nicht das Unheimlichste war. Alles in allem galten sie für ein verhältnismäßig glückliches Ehepaar. Eines von jenen, über dessen auseinander gehen häufig Gerüchte umlaufen, die aber nie Wirklichkeit werden und, wie der Berichterstatter im Gesellschaftsteil sich ausdrückte, sie bereicherten ihre so viel beneidete und ewig anhaltende romantische Liebesgeschichte um mehr als die Würze des Abenteuers mit dieser Safari in dem, was als dunkelstes Afrika galt. Bis die Martin Johnsons es auf der Filmleinwand in helles Licht gerückt hatten, wo sie Old Simba, dem Löwen, dem Büffel und Tembo, dem Elefanten nachjagten und außerdem Ausstellungsstücke für das Naturkundemuseum sammelten. Derselbe Berichterstatter hatte mitgeteilt, dass es mit ihnen bereits dreimal auf der Kippe gestanden hatte. Was auch stimmte, aber sie vertrugen sich immer wieder. Ihre ehrliche Verbindung hatte eine zuverlässige Grundlage. Margaret war zu schön, als dass McComber sich von ihr hätte scheiden lassen und McComber hatte zu viel Geld, als dass Margaret ihn je verlassen würde. Es war jetzt gegen drei Uhr morgens und Francis McComber, der eine kurze Zeit über geschlafen hatte, nachdem er aufgehört hatte, über den Löwen nachzudenken, wachte auf und schlief wieder ein und erwachte plötzlich im Traum geängstigt von dem blutköpfigen Löwen, der über ihm stand und als er hinhorchte, während sein Herz hämmerte, merkte er, dass seine Frau nicht auf dem anderen Feldbett im Zelt war. Er lag zwei Stunden mit diesem Wissen wach. Nach Ablauf dieser Zeit kam seine Frau ins Zelt, hob ihr Moskitonetz hoch und kroch behaglich ins Bett. Wo bist du gewesen? fragte McComber in der Dunkelheit. Hallo? sagte sie. Bist du wach? Wo bist du gewesen? Ich war gerade mal draußen, um ein bisschen Luft zu schöpfen. Den Teufel hast du das getan! Was möchtest du denn, dass ich sage, Liebling? Wo bist du gewesen? Draußen, Luft schöpfen. Das ist eine neue Bezeichnung dafür. Was für eine Hure du bist. Na, und du bist ein Feigling. Gut, sagte er. Und was macht's? Macht gar nichts, was mich anlangt. Aber bitte, wir wollen nicht reden, Liebling. Ich bin so schläfrig. Du glaubst, dass ich alles einstecke. Ich weiß, du tust es, mein Süßer. Das werde ich nicht. Bitte, Liebling, wir wollen nicht reden. Ich bin so furchtbar schläfrig. Es sollte nichts dergleichen passieren. Du hattest es versprochen. Ja, aber nun ist es eben passiert, sagte sie sanft. Du hast gesagt, dass, wenn wir die Reise machen würden, nichts dergleichen vorkommen würde. Du hattest es versprochen. Ja, Liebling, so hatte ich's auch vor. Aber das gestern hat die Reise verdorben. Wir brauchen doch darüber nicht zu reden, nicht wahr? Du wartest nicht lange, wenn du im Vorteil bist, was? Bitte, wir wollen nicht sprechen. Ich bin so schläfrig, Liebling. Ich werde aber sprechen. Du brauchst keine Rücksicht auf mich zu nehmen, weil ich schlafen werde. Und sie schlief. Sie waren alle drei vor Tageslicht am Frühstückstisch. Und Francis McComber stellte fest, dass er von allen Männern, die er gehasst hatte, Robert Wilson am meisten hasste. Gut geschlafen? Fragte Wilson mit seiner kehligen Stimme, während er sich eine Pfeife stopfte. Und sie? Großartig, erwiderte der Weiße Jäger. Du Scheißkerl, dachte McComber. Du unverschämter Scheißkerl. Also hat sie ihn geweckt, als sie reinkam, dachte Wilson und sah sie beide mit seinen flachen, kalten Augen an. Na, warum sieht er nicht zu, dass seine Frau bleibt, wo sie hingehört? Wofür hält er mich denn? Für einen verdammten Gipsheiligen? Soll er sehen, dass sie bleibt, wo sie hingehört? Ist seine eigene Schuld. Glauben sie, dass wir Büffel finden werden? Fragte Margaret und schob eine Schüssel mit Aprikosen beiseite. Möglich, sagte Wilson und lächelte sie an. Warum bleiben sie nicht im Lager? Für nichts in der Welt, sagte sie. Warum bestimmen sie nicht, dass sie im Lager bleibt, sagte Wilson zu McComber. Bestimmen sie es doch, sagte McComber kalt. Lassen wir alles bestimmen beiseite. Und, zu McComber gewandt, auch alle Albernheiten, Francis, sagte Margaret ganz freundlich. Sind sie bereit, aufzubrechen? Fragte McComber. Jederzeit, sagte Wilson. Wollen sie, dass die Memse mitgeht? Spielt es eine Rolle, ob ich will oder nicht? Scheiße, dachte Robert Wilson. Verdammte Scheiße. Also so wird's jetzt sein. Na, dann wird es eben so sein. Macht keinen Unterschied, sagte er. Und sie? Sie möchten bestimmt nicht lieber mit ihr im Lager bleiben und mich gehen und Büffel jagen lassen? Fragte Francis McComber. Kann ich nicht tun, sagte Wilson. Würde nicht so'n Unsinn reden, wenn ich sie wäre. Ich rede keinen Unsinn. Es kotzt mich an. Hässliches Wort. Ankotzen. Francis, versuche bitte vernünftig zu reden, sagte seine Frau. Ich rede verdammt zu vernünftig, sagte McComber. Hat man je solchen Saufraas gegessen? Mit dem Essen war's nicht in Ordnung, fragte Wilson ruhig. Nicht mehr als mit allem übrigen. Ich würde mich zusammenreißen, junger Mann, sagte Wilson sehr ruhig. Der eine Boy, der bei Tisch bedient, versteht ein bisschen Englisch. Zum Teufel mit ihm. Wilson stand auf, pafte seine Pfeife, schlenderte davon und sprach ein paar Worte auf Suaheli mit dem einen Gewehrträger, der da stand und auf ihn wartete. Bekommen bei uns eine Frau blieben am Tisch sitzen. Er starrte auf seiner Kaffeetasse. Wenn du eine Szene machst, verlasse ich dich, Liebling, sagte Margaret ruhig. Nein, das wirst du nicht. Du kannst es ja versuchen und sehen. Du wirst mich nicht verlassen. Nein, sagte sie. Ich werde dich nicht verlassen und du wirst dich benehmen. Mich benehmen? Feine Art zu reden. Ich mich benehmen? Ja, dich benehmen. Warum versuchst du nicht, dich zu benehmen? Ich habe es so lange versucht. So sehr lange. Ich hasse dieses rotgesichtige Schwein, sagte McComba. Sein Anblick ekelt mich an. Er ist wirklich sehr nett. Halt den Mund! McComba brüllte beinahe. Gerade da fuhr das Auto vor und hielt vor dem Speisezelt und der Fahrer und die beiden Gewehrträger stiegen aus. Wilson kam herüber und blickte auf die Eheleute, die am Tisch saßen. Wird auf Jagd gegangen? fragte er. Ja, sagte McComba und stand auf. Ja. Lieber was wollen es mitnehmen? Wird kühl im Auto sein, sagte Wilson. Ich werde meine Lederjacke holen, sagte Margaret. Der Boy hat sie, sagte Wilson zu ihr. Er kletterte vorne zu dem Fahrer und Francis McComba und seine Frau saßen, ohne zu sprechen, auf dem Rücksitz. Hoffentlich kommt der alberne Kerl nicht auf den Gedanken, mir eine Kugel durch den Kopf zu jagen, dachte Wilson bei sich. Frauen sind eine wahre Pest auf Safari. Das Auto knirschte beim Bergabfahren und überquerte im grauen Tageslicht den Fluss an einer steinigen Furth und kletterte dann im Zickzack das steile Ufer hin an, wo auf Wilsons Anordnung tags zuvor ein Weg geschaufelt worden war, so dass sie in das parkartige, bewaldete, wellige Gelände auf dem jenseitigen Ufer gelangen konnten. Ein guter Morgen, dachte Wilson. Es lag starker Tau, und während sich die Räder durch das Gras und das Gebüsch bewegten, konnte er den Geruch der zermalmten Fahnenwedel riechen. Es war ein Duft, wie von Verbenen, und er liebte diesen Frühmorgenduft von Tau und zermalmten Fahnenkraut und das Aussehen der Baumstümpfe, die im Dunst des frühen Morgens schwarz hervortraten, als das Auto seinen Weg durch das ungebahnte, parkartige Gelände nahm. Er hatte sich die beiden auf dem Rücksitz jetzt aus dem Kopf geschlagen und dachte an Büffel. Die Büffel, hinter denen er her war, hielten sich tagsüber in einem dichten Sumpf auf, wo man unmöglich zum Schuss kommen konnte. Aber nachts äßten sie draußen im offenen Gelände, und wenn er mit dem Auto zwischen sie und ihren Sumpf kommen konnte, würde McComba im Freien eine gute Chance haben. Er wollte nicht mit McComba in dichter Deckung Büffel jagen. Er wollte überhaupt nicht und nichts, weder Büffel noch irgendetwas anderes mit McComba jagen. Aber er war Berufsjäger und war schon mit aller Handkolzen auf die Jagd gegangen. Wenn sie heute Büffel kriegten, dann kamen nur noch Rhinos dran und der arme Kerl hatte sein gefährliches Wild hinter sich und alles konnte wieder angenehmer werden. Er würde mit der Frau nichts mehr zu schaffen haben und McComba würde auch darüber hinwegkommen. Allem Anschein nach hatte er auf diesem Gebiet schon allerlei durchgemacht. Armer Teufel! Er wusste aber wohl, wie man darüber hinwegkam. Na, es war seine eigene Scheißschuld, so ein blöder Kerl. Er, Robert Wilson, nahm auf Safari ein doppelt breites Feldbett mit, um alles, was der Zufall für ihn abwarf, beherbergen zu können. Er jagte mit einer bestimmten Sorte Kundschaft, einer internationalen draufgängerischen Sportclicke, wo die Frauen glaubten, dass sie nicht auf ihre Kosten gekommen waren, wenn sie jenes Feldbett nicht mit dem weißen Jäger geteilt hatten. Er verachtete sie, wenn er von ihnen weg war, obschon er manche von ihnen zur Zeit gern genug gemocht hatte. Aber er verdiente durch sie seinen Lebensunterhalt und ihre Maßstäbe waren seine Maßstäbe während der Zeit, für die sie ihn engagierten. Es waren seine Maßstäbe, in allem, bis aufs Jagen. Er hatte seine eigenen Maßstäbe, wenn es ums Schießen ging, und sie hatten ihm gerecht zu werden oder sich einen anderen zum Jagen zu suchen. Er wusste auch, dass sie ihn alle deswegen respektierten. Dieser Mekomber war jedoch ein Sonderling, verflucht und ob. Und die Frau, tja, die Frau, ja, die Frau, die Frau, na, das war für ihn erledigt. Er sah sich nach ihnen um. Mekomber sah wütend und finster da. Margaret lächelte ihm zu. Sie sah heute jünger aus, unschuldiger und frischer und nicht so berufsmäßig schön. Was in ihrem Herzen vorgeht? Weiß Gott, dachte Wilson. Sie hatte vergangene Nacht nicht viel gesprochen. Dabei war es ein Vergnügen, sie anzusehen. Das Auto kletterte eine leichte Anhöhe hinan und fuhr weiter zwischen den Bäumen hindurch und dann hinaus auf eine grasige, prärieartige Lichtung und hielt sich am Rande im Schatten der Bäume. Und der Fahrer fuhr langsam, und Wilson blickte aufmerksam über die Prärie hin und den ganzen jenseitigen Saum entlang. Er ließ den Wagen halten und musterte die Lichtung mit seinem Jagdglas. Dann gab er dem Fahrer ein Zeichen, weiterzufahren, und das Auto bewegte sich langsam vorwärts. Der Fahrer wich den Warzenschweinlöchern aus und umfuhr die von Ameisen erbauten Lehmburgen. Dann, als er über die Lichtung blickte, wandte sich Wilson plötzlich um und sagte, weiß Gott, da sind sie. Und als er dorthin blickte, wo Wilson hinzeigte, während das Auto vorwärts setzte und Wilson in schnellem Suaheli mit dem Fahrer sprach, sah Mecumber drei riesige schwarze Tiere, die in ihrer Länge und Schwerfälligkeit fast zylindrisch wie große schwarze Tankwagen aussahen, sich im Galopp am äußersten Rand der offenen Prärie entlang bewegten. Sie bewegten sich in steifnackigem, steifleibigem Galopp, und er konnte die hochgeschwungenen, breiten schwarzen Hörner auf ihren Köpfen sehen, als sie mit vorgestreckten Köpfen galoppierten, mit Köpfen, die sie nicht bewegten. Es sind drei alte Bullen, sagte Wilson. Wir schneiden ihnen den Weg ab, bevor sie den Sumpf erreichen. Das Auto fuhr mit toller 70 Kilometer Geschwindigkeit quer durch das freie Gelände und während Mecumber hinsah, wurden die Büffel größer und größer, bis er die graue, haarlose, räudige Erscheinung des einen Riesenbullen sehen konnte und wie sein Nacken ein Teil seiner Schulter war und das glänzende Schwarz seiner Hörner, als er etwas hinter den anderen hergaloppierte, die in jener steten, stampfenden Gangart aneinandergereiht waren. Und dann, während das Auto schwankte, als ob es gerade aus der Bahn geraten wäre, kam sie ganz nahe. Und er konnte die stampfende Riesenhaftigkeit des Bullen sehen und den Staub in seinem spärlich beharrten Fell, den breiten Buckel aus Horn und seine vorgestreckte, breit-nüstrige Schnauze. Und er hob seine Büchse, als Wilson rief, »Nicht vom Auto aus, Sie Idiot!« Und er hatte keine Angst, nur Hass auf Wilson, während die Bremsen griffen und das Auto schleuderte und es seitwärts pflügend fast zum Stehen kam. Und Wilson auf der einen Seite und er auf der anderen hinaus sprang. Und er taumelte, als seine Füße, die noch unter ihm wegsausende Erde berührten. Und dann schoss er auf den Bullen. Als der sich entfernte, hörte, wie die Kugeln in ihn einschlugen und schoss seine Büchse leer auf ihn, während der Büffel sich stetig entfernte. Und zum Schluss fiel es Mekombe ein, seine Schüsse vorn aufs Blatt zu platzieren. Und als er herumfummelte, um nachzuladen, sah er den Bullen am Boden. Er sah ihn am Boden knien und den schweren Kopf hin- und herwerfen. Und die beiden anderen sah er noch galoppieren. Und er schoss auf den Leitbüffel und traf ihn. Er feuerte noch einmal und fehlte. Und er hörte das Krachen, als Wilson schoss und sah, wie der Leitbulle vornüber aufs Maul rutschte. »Nehmen Sie den anderen!« sagte Wilson. »Jetzt schießen Sie!« Aber der andere Bulle entfernte sich stetig in gleichförmigem Galopp. Und er verfehlte ihn und warf Erdspritzer auf. Und Wilson fehlte. Und der Staub hob sich in einer Wolke. Und Wilson schrie, »Kommen Sie! Er ist zu weit weg!« und packte ihn am Arm. Und sie waren wieder im Auto. Mekombe und Wilson hingen zu beiden Seiten und schleuderten schwankend über den unebenen Boden und holten mit dem gleichmäßigen, stampfenden, schwer nackigen, vorwärts galoppierenden Bullen auf. Sie waren hinter ihm. Und Mekombe lud sein Gewehr, ließ Patronen zu Boden fallen. Der Verschluss klemmte. Er beseitigte die Ladehemmung. Und dann waren sie fast auf gleicher Höhe mit dem Bullen, als Wilson »Halt!« brüllte. Und das Auto schlitterte so, dass es sich beinahe um sich selber drehte. Und Mekombe fiel vornüber auf die Füße, spannte und hielt so viel vor, dass er gerade noch in den galoppierenden, runden, schwarzen Rücken zielen konnte. Zielte und schoss noch einmal, noch einmal und noch einmal und die Kugeln, die alle einschlugen, schienen dem Bullen anscheinend nichts anzuhaben. Dann schoss Wilson. Das Krachen betäubte ihn und er sah, wie der Bulle taumelte. Mekombe schoss noch einmal, er zielte sorgfältig und er ging nieder auf die Knie. »Gut«, sagte Wilson. »Saubere Arbeit. Das wären die drei.« Mekombe fühlte eine trunkene Freude. »Wie oft haben Sie geschossen?«, fragte er. »Genau dreimal«, sagte Wilson. »Sie haben den ersten Bullen geschossen, den größten. Ich half Ihnen die beiden anderen erledigen. Hatte Angst, dass sie in Deckung gelangen würden. Erledigt haben Sie sie. Hab nur ein bisschen aufgeräumt. Sie haben verflucht gut geschossen.« »Kommen Sie zum Auto«, sagte Mekombe. »Ich möchte etwas trinken.« »Müssen erst den Büffel da erledigen«, sagte Wilson. Der Büffel war auf den Knien und er warf wütend den Kopf hin und her und fauchte in schweinsäugiger, brüllender Wut, als sie sich ihm näherten. »Passen Sie auf, dass er nicht hochkommt«, sagte Wilson. »Dann stellen Sie sich ein bisschen seitlich und treffen Sie ihn in den Hals, gerade hinterm Ohr.« Mekombe zielte sorgfältig auf die Mitte des riesigen, zuckenden, wutgetriebenen Halses und schoss. Auf den Schuss hin fiel der Kopf nach vorn über. »Das tut's«, sagte Wilson. »Haben das Rückgrat gekriegt. Sehen toll aus, die Biester, was?« »Jetzt wollen wir etwas trinken«, sagte Mekombe. »In seinem Leben hatte er sich nicht so wohl gefühlt.« Mekombes Frau saß sehr weißgesichtig im Auto. »Du warst großartig, Liebling«, sagte sie zu Mekombe. »Das war aber eine Fahrt.« »War es holprig?«, fragte Wilson. »Es war furchtbar. Ich habe mich in meinem Leben nicht so gefürchtet.« »Wir wollen alle etwas trinken«, sagte Mekombe. »Gewiss«, sagte Wilson. »Geben Sie der Memserheb die Feldflasche.« Sie trank den puren Whisky und schauderte ein bisschen, als sie schluckte. Sie reichte Mekombe die Feldflasche, der sie Wilson reichte. »Es war furchtbar aufregend«, sagte sie. »Ich habe schreckliches Kopfweh davon bekommen. Ich wusste aber nicht, dass man sie von Autos ausschießen darf.« »Kein Mensch hat von Autos aus geschossen«, sagte Wilson kalt. »Ich meine, sie mit Autos jagen.« »Würde man auch für gewöhnlich nicht«, sagte Wilson. »Schien mir jedoch sportlich genug, während wir es taten. Riskierten mehr. Der hat quer über die Ebene voller Löcher und alle möglichen zu fahren, als zu Fuß zu jagen. Der Büffel hätte, wenn er es gewollt hätte, bei jedem Schuss auf uns losgehen können. Gaben ihm jede Chance. Würde es aber lieber keinem Gegenüber erwähnen. Ist gesetzeswidrig, falls sie das meinen sollten.« »Ich fand es sehr unfair«, sagte Margaret, »diese großen hilflosen Dinger mit dem Auto zu jagen.« »Fanden sie?«, sagte Wilson. »Was würde geschehen, wenn man es in Nairobi erführe?« »Erstmal würde ich meine Lizenz verlieren.« »Noch allerhand andere Unannehmlichkeiten sonst«, sagte Wilson und nahm einen Schluck aus der Flasche. »Ich wäre meinen Beruf los.« »Wirklich?« »Ja, wirklich.« »Na«, sagte Macomba und er lächelte zum ersten Mal an diesem Tag. »Jetzt kann sie Ihnen eins auswischen.« »Fast eine so reizende Art, Sachen zu sagen«, sagte Margaret Macomba. Wilson sah beide an. »Wenn ein Scheißkerl ein Missstück heiratet«, dachte er, »was für Dreckspatzen, die wohl als Kinder haben werden.« Er sagte aber nur, »Wir haben den einen Gewehrträger verloren. Haben Sie es bemerkt?« »Mein Gott, nein«, sagte Macomba. »Da kommt er«, sagte Wilson. »Es ist ihm nichts passiert. Er muss heruntergefallen sein, als wir den ersten Bullen hinter uns ließen.« Der etliche Gewehrträger kam auf sie zu. Er humpelte in seiner gestrickten Mütze, seiner Kakeljacke, seine kurzen Hose und seinen Gummisandalen daher. Er blickte finster vor sich hin und sah verärgert aus. Als er herankam, rief er Wilson auf Suaheli etwas zu und alle sahen die Veränderung im Gesicht des weißen Jägers. »Was hat er gesagt?«, fragte Margaret. »Dass der erste Bulle aufgestanden und in den Busch gezogen ist,« sagte Wilson ohne Ausdruck in der Stimme. »Oh«, sagte Macomba bestürzt. »Dann wird's genau werden wie mit dem Löwen,« sagte Margaret voller Vorfreude. »Es wird ganz und gar nicht so werden wie mit dem Löwen,« sagte Wilson zu ihr. »Wollen Sie noch etwas trinken, Macomba?« »Danke.« »Ja«, sagte Macomba. Er erwartete, dass das Gefühl, das er beim Löwen gehabt hatte, wiederkommen würde. Aber es kam nicht. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte er sich wirklich völlig furchtlos. Anstelle von Full, hatte er ein ausgesprochenes Gefühl ungemischter froher Erregung. »Wir wollen gehen und uns nach dem zweiten Bullen umsehen,« sagte Wilson. »Ich werde dem Fahrer sagen, dass er den Wagen in den Schatten fährt.« »Was wollt ihr machen?«, fragte Margaret Macomba. »Uns den Büffel ansehen,« antwortete Wilson. »Ich komm mit.« »Kommen Sie.« Zu dritt gingen sie hinüber zu der Stelle, wo der zweite Büffel schwarz in der Lichtung ragte, den Kopf von über auf dem Gras, die massiven Hörner weit geschwungen. »Er hat ein sehr gutes Gehirn,« sagte Wilson. »Das ist dicht an die 50 Zoll Auslage.« Macomba sah ihn begeistert an. »Er sieht widerwärtig aus,« sagte Margaret. »Können wir nicht in den Schatten gehen?« »Natürlich,« sagte Wilson. »Sehen Sie mal,« sagte er zu Macomba und zeigte mit der Hand. »Sehen Sie das Stück Busch da?« »Ja.« »Da ist der erste Bulle hineingegangen. Der Gewehrträger hat gesagt, dass der Bulle am Boden lag, als er vom Auto fiel. Er beobachtete uns, wie wir wie der Teufel davon gepäst sind und wie die beiden anderen Büffel galoppierten. Als er aufsah, war der Bulle auf den Beinen und blickte ihn an. Der Gewehrträger ist wie der Teufel gerannt, und der Bulle ist langsam in den Busch da hineingegangen. »Können wir ihm jetzt nach?« fragte Macomba begierig. Wilson sah ihn prüfend an. »Verdammt noch mal.« »Wenn das nicht ein seltsamer Kauz ist,« dachte er. »Gestern ist ihm übel vor lauter Angst, und heute ist er ein ausgekochter Feuerfresser.« »Nein, wir wollen ihm Zeit lassen.« »Bitte, lass uns in den Schatten gehen,« sagte Margaret. Ihr Gesicht war weiß. Und sie sah elend aus. Sie gingen zum Auto zurück, das unter einem einzelnen, weit ausladenden Baum stand, und kletterten hinein. »Sehr gut möglich, dass er da drin tot ist,« bemerkte Wilson. »Wollen bald mal nachsehen.« Macomba verspürte ein wildes, unbändiges Glücksgefühl, das er nie zuvor gekannt hatte. »Weiß Gott, das war eine Hatz,« sagte er. »Ich habe nie zuvor so ein Gefühl gehabt.« »Fast nicht wunderbar, Margaret?« »Ich fand es scheußlich.« »Warum?« »Ich fand es scheußlich,« sagte sie bitter. »Einfach widerwärtig.« »Wissen Sie, ich glaube nicht, dass ich je wieder vor etwas Angst haben werde,« sagte Macomba zu Wilson. »Etwas ging in mir vor, nachdem wir den Büffel zuerst sahen und hinter ihm herliefen. Wie ein Damm, der bricht. Es war nichts als Aufregung.« »So was reinigt die Leber,« sagte Wilson. »Verdammt komische Sachen, die einem Menschen so passieren.« Macombas Gesicht strahlte. »Wissen Sie, irgendetwas ist wirklich mit mir passiert,« sagte er. »Ich fühle mich völlig anders.« Seine Frau sagte nichts und musterte ihn seltsam. Sie saß weit zurückgelehnt auf dem Sitz, und Macomba saß vornübergelehnt und redete mit Wilson, der sich halb umgedreht hatte und über die Lehne des Vordersitzes hinweg sprach. »Wissen Sie, ich würde es gern noch einmal mit einem Löwen versuchen,« sagte Macomba. »Ich habe jetzt wirklich keine Angst vor Ihnen. Schließlich, was können Sie einem schon anhaben?« »So ist es,« sagte Wilson. »Das Schlimmste, was er tun kann, ist einen töten. Wie geht es noch?« »Shakespeare.« »Verdammt gut. Sehen, ob ich mich erinnern kann.« »Hm, verdammt gut.« Pflegte es mir seinerzeit selber vor, zu zitieren. Warten Sie. »Meiner Treu, was geht's mich an? Ein Mann kann nur einmal sterben. Wir schulden Gott einen Tod, und wie es auch gehen mag, wer dieses Jahr stirbt, braucht's im Nächsten nicht mehr zu tun.« Verdammt schön, was? Er war sehr verlegen, nachdem er dies herausgebracht hatte, dem er nachgelebt hatte. Aber er hatte schon vorher Menschen erwachsen werden sehen, und es ging ihm immer nahe. Es handelte sich nicht um ihren 21. Geburtstag. Es hatte eines besonderen Jagdabenteuers bedurft, eines jähnen Sturzes ins Handeln, ohne eine Gelegenheit, sich vorher Gedanken zu machen, um dies bei Macomba fertig zu bringen. Aber wodurch es auch geschehen sein mochte, geschehen war es ganz bestimmt. »Zieh dir den Kerl jetzt an«, dachte Wilson. »Es liegt daran, dass manche so lange kleine Jungs bleiben«, dachte Wilson. »Manchmal ihr Leben lang. Ihre Körper sind auch jungenhaft, wenn sie 50 sind. Die berühmten amerikanischen Knabenmänner. Verdammt komische Menschen.« »Aber er mochte diesen Macomba jetzt. Verdammt komischer Kerl. Bedeutete vielleicht auch das Ende des Harnreithums.« »Na, das wäre verdammt gut. Verdammt gut. Der Kerl hatte wahrscheinlich sein Leben lang Angst gehabt. Ich weiß nicht, womit es anfing, aber jetzt war es vorbei. Er hatte keine Zeit gehabt, vor dem Büffel Angst zu haben. Das und weil er dazu die Wut hatte. Auch das Auto. Autos machen es zu etwas Alltäglichem. Würde jetzt ein verdammter Feuerfresser sein. Er hatte es im Krieg genauso funktionieren sehen. Eine größere Veränderung als jeder Verlust der Jungfernschaft. Angst weg, wie durch Operation. Etwas anderes wuchs an ihrer Stelle. Das Wesentlichste, was ein Mann hatte. Machte ihn zum Mann. Frauen konnten es auch. Keine scheiß Angst. Aus der Wagenecke blickte Margaret Macomba auf die beiden. Wilson hatte sich nicht verändert. Sie sah Wilson so, wie sie ihn Tag zuvor gesehen hatte, als ihr zum ersten Mal aufging, bis seine große Begabung war. Aber sie sah jetzt die Veränderung in Francis Macomba. Kennen Sie das Glücksgefühl in Bezug auf das, was geschehen wird? fragte Macomba, der weiter seinem neuen Reichtum nachspürte. Man sollte nicht darüber reden, sagte Wilson und sah in das Gesicht des anderen. Viel schicker, zu sagen, dass man Angst hat. Full gemerkt, Sie werden auch noch Angst haben, und zwar wieder und wieder. Aber Sie kennen dieses Glücksgefühl vor der Tat? Ja, sagte Wilson. Das gibt es. Tut aber nicht gut, über all das viel zu reden. Zerredet das Ganze. Das Beste von allem geht verloren, wenn man es zu viel beredet. Ihr redet beide Quatsch, sagte Margaret. Nur weil ihr gerade ein paar hilflose Tiere mit dem Auto gejagt habt, redet ihr wie Helden. Verzeihung, sagte Wilson. Ich habe zu viel geschwatzt. Sie macht sich jetzt bereits Sorgen darüber, dachte er. Wenn du nicht weißt, worüber wir reden, warum mischt du dich dann ein? fragte Macomba seine Frau. Du bist ja plötzlich furchtbar tapfer geworden, sagte seine Frau geringschätzig. Aber ihre Geringschätzung war nicht echt. Sie hatte vor etwas große Angst. Macomba lachte. Ein sehr natürliches, herzhaftes Lachen. Weißt du, ich bin's wirklich, sagte er. Ich bin's wirklich. Ist es nicht ein bisschen spät, sagte Margaret bitter. Denn sie hatte sich Jahre hindurch die größte Mühe gegeben. Und daran, wie sie jetzt miteinander standen, war nicht einer allein schuld. Nicht für mich, sagte Macomba. Margaret sagte nichts, sondern setzte sich in ihrem Sitz zurück. Glauben Sie, dass wir ihm jetzt Zeit genug gelassen haben? fragte Macomba Wilson munter. Wir können mal nachsehen, sagte Wilson. Haben Sie noch Vollmantelgeschosse? Der Gewehrträger hat welche. Wilson rief etwas auf Suaheli. Und der ältere Gewehrträger, der einen der Köpfe abhäutete, richtete sich auf, holte eine Schachtel Vollmantelgeschosse aus der Tasche und brachte sie zu Macomba hinüber, der das Magazin füllte und die übrigen Patronen in die Tasche steckte. Sie können gerade so gut mit der Springfield schießen, sagte Wilson. Sie sind an die gewöhnt. Wir wollen die Mannlicher bei der Memser Hip im Auto lassen. Ihr Gewehrträger kann Ihnen ihre schwere Büchse tragen. Ich hab diese verdammte Kanone. Jetzt lassen Sie mich Ihnen noch was über die Büffel da erzählen. Er hatte dies bis zum Schluss aufgespart. Er hatte Macomba nicht beunruhigen wollen. Wenn ein Büffel angreift, kommt er mit erhobenem, vorgestrecktem Kopf auf einen zu. Der Buckel der Hörner schützt ihn gegen jede Art von Kopfschuss. Der einzige Schuss ist direkt ins Maul. Der einzige andere Schuss ist in die Brust. Oder, wenn Sie seitlich stehen, in den Hals oder aufs Blatt. Wenn Sie erst einmal angeschossen sind, gehört allerhand dazu, Sie zu töten. Versuchen Sie keine Kunststücke. Nehmen Sie den leichtesten Schuss, der sich Ihnen bietet. Sie sind jetzt mit dem Aushalten von dem Kopf da fertig. Wollen wir losgehen? Er rief den Gewehrträgern etwas zu, die sich die Hände abwischten und herankamen. Der Ältere stieg hinten ein. Ich nehme nur Kongoni mit, sagte Wilson. Der andere kann aufpassen und die Vögel verscheuchen. Als das Auto langsam durch das freie Gelände auf die Insel von Bäumen und Unterholz zufuhr, die wie eine belaubte Zunge an einem ausgetrockneten Wasserlauf, der die offene Niederungsschnitt entlang lief, füllte McComba das Hämmern seines Herzens. Und sein Mund war wieder trocken. Aber es war Aufregung, nicht Angst. Hier ist die Stelle, wo er reingegangen ist, sagte Wilson. Dann aufs Waheli zu dem Gewehrträger. Nimm die scheiß Fährte auf! Das Auto stand parallel zu dem Stück Busch. McComba, Wilson und der Gewehrträger stiegen aus. McComba blickte zurück und sah, dass eine Frau mit dem Gewehr neben sich ihn anblickte. Er winkte ihr zu, aber sie winkte nicht zurück. Das Buschwerk vor ihnen war sehr dicht und der Boden war trocken. Der ältliche Gewehrträger schwitzte heftig und Wilson hatte den Hut tief ins Gesicht gezogen und sein roter Nacken leuchtete dicht vor McComba. Plötzlich sagte der Gewehrträger irgendetwas auf Suaheli zu Wilson und rannte vorwärts. Er ist tot da drin, sagte Wilson. Gute Arbeit! Und er wandte sich um und packte McCombas Hand. Und während sie einander die Hände schüttelten und sich angrinsten, brüllte der Gewehrträger wie wild. Und sie sahen ihn aus dem Busch herauskommen, seitwärts, schnell wie eine Krabbe, und den Bullen kommen. Nase geradeaus, fest beschlossenes Maul, Blut triefend, den massigen Kopf vorgestreckt, im Angriff kommen und die kleinen Schweinsaugen blutunterlaufen, als er sie anblickte. Wilson, der zuvorderst war, kniete und schoss. Und McComba, der bei dem Krachen von Wilsons Büchse den eigenen Schuss nicht hörte, sah, als er schoss, Stücke wie Schiefer von dem riesigen Hornwulst absplittern und der Kopf schleuderte hin und her. Und er sah wieder die Hörner rucken und Splitter umherfliegen. Und er sah jetzt Wilson nicht und zielte sorgfältig und schoss noch einmal, die riesige Masse des Büffels beinahe auf sich drauf und seine Büchse beinahe auf gleicher Höhe mit dem näherkommenden Kopf, der vorgestreckten Nase. Und er konnte die kleinen, bösartigen Augen sehen. Und der Kopf begann sich zu senken und er fühlte einen plötzlichen, weißglühenden, blendenden Blitz in seinem Kopf explodieren. Und das war alles, was er noch fühlte. Wilson hatte sich etwas zur Seite geduckt, um einen Blattschuss anzubringen. McComba hatte unbeweglich dagestanden und aufs Blatt geschossen und immer eine Spur zu hoch geschossen und die schweren Hörner getroffen, sie zersplittert und abgebröckelt, als ob er ein Schieferdach getroffen hätte. Und Mrs. McComba im Auto hatte mit der 6.5 Mannlicher auf den Büffel geschossen, als er gerade McComba zu durchbohren schien und hatte ihren Mann ungefähr 5 Zentimeter und ein bisschen seitlich über der Schädelbasis getroffen. Francis McComba lag jetzt mit dem Gesicht nach unten, keine zweieinhalb Meter von der Stelle, wo der Büffel niedergestreckt lag und seine Frau kniete über ihm mit Wilson neben sich. Ich würde ihn nicht umdrehen, sagte Wilson. Die Frau weinte hysterisch. Ich würde mich wieder ins Auto setzen, sagte Wilson. Wo ist die Büchse? Sie schüttelte den Kopf. Ihr Gesicht war verzehrt. Der Gewehrträger hob die Büchse auf. Das alles, wie es ist, sagte Wilson. Dann geh, hol Abdullah, damit er über die Art des Unfalls aussagen kann. Er kniete nieder, zog sein Taschentuch heraus und breitete es über Francis McCombas kurzgeschorenen Kopf, so wie er lag. Das Blut sickerte in die trockene, lockere Erde. Wilson stand auf und sah den Büffel auf der Seite liegen, die Beine ausgestreckt, den dünn behaarten Leib von Zecken krabbelnd. Prachtkerl von einem Bullen, vermerkte sein Verstand automatisch. Gut 50 Zoll oder mehr, mehr. Er rief den Fahrer und hieß ihn eine Decke über die Leiche breiten und bei ihr bleiben. Dann ging er zum Auto hinüber, in dem die Frau weinend in einer Ecke saß. Das haben Sie ja fein gemacht, sagte er mit tonloser Stimme. Er hätte sie auch verlassen. Seien Sie still, sagte sie. Natürlich ist es ein Unfall, sagte er. Das weiß ich. Seien Sie still, sagte sie. Machen Sie sich keine Sorgen, sagte er. Es wird ein gewisses Maß an Unannehmlichkeiten geben, aber ich werde ein paar Aufnahmen machen lassen, die beim Verhör sehr nützlich sein werden. Dann haben wir auch noch die Zeugenaussagen der Gewehrträger und des Fahrers. Es passiert Ihnen nichts. Seien Sie still, sagte sie. Gibt eine verdammte Menge zu erledigen, sagte er. Ich muss einen Lastwagen zum See schicken, um nach einem Flugzeug zu funken, das uns drei nach Nairobi bringen kann. Warum haben Sie nicht vergiftet? So macht man es in England. Seien Sie still, seien Sie still, seien Sie still, schrie die Frau. Jetzt bin ich fertig, sagte er. Ich war ein bisschen ärgerlich. Ich fing gerade an, Ihren Mann gern zu haben. Ach bitte, seien Sie still, sagte sie. Bitte, bitte, seien Sie still. So ist es besser, sagte Wilson. Bitte ist viel besser. Jetzt werde ich still sein.